Laie Ein Laie ist jemand, der auf einem bestimmten Gebiet keine Fachkenntnisse hat, also ein Nicht-Fachmann wird als Laie bezeichnet. Ein Laie ist auch jemand, der kein Geistlicher ist. Im Unterschied zu Mönchen, Nonnen und Priestern sind die meisten Menschen in diesem Sinne Laien. Auch auf dem Yoga-Gebiet gibt es Laien, Menschen, die nicht so viel wissen und manchmal haben Laien einen tiefen intuitiven Bezug zu tieferen Wahrheiten des Yoga. Im Allgemeinen ist es klug, tief zu praktizieren, auch vieles zu wissen und wenn man sich für irgendetwas interessiert, sollte man über ein Laienwissen hinausgehen und wenn man weiß, dass man auf einem Gebiet nur Laie ist, dort ist eine Demut und Bescheidenheit notwendig.